Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Ankündigung, zu einem neuen Pferdespiel. Heute schauen wir uns Horse Racing Club an. Ein neues Upcoming Pferdespiel und das ist nicht nur das, sondern es ist ein Pferdespiel in Roblox. Also bekommt ihr es völlig umsonst, denn Roblox ist ja kostenfrei und aktuell wird daran gearbeitet. Und wir schauen uns die ersten Sachen einmal an. Natürlich werde ich euch auch die Instagram-Page von Horse Racing Club mal verlinken. Das heißt, da könnt ihr natürlich auch nochmal dann ein genaueres Auge auf den Progress, auf den derzeitigen Stand von diesem Game machen. Also gucken wir uns das Ganze einmal an. Das hier ist Horse Racing Club und hier seht ihr so, wie die Pferde ausschauen. Und ich muss ganz klar dazu sagen, immer bedenken, das ist in Roblox und dafür sieht es einfach mega, mega, mega cool aus. Es hat verdammt schöne Schatteneffekte. Hier seht ihr so, wie die Modelle gemacht werden. Und hier seht ihr auch schon so die ersten Bewegungen und macht das nicht schon einen wirklich, wirklich guten Eindruck. Also jetzt sagt mal wirklich. Ich finde, das sieht doch verdammt nice aus. Und hier seht ihr jetzt auch ein bisschen noch zum Gameplay. Was wird genau geschrieben? Also es ist ein Multiplayer-Pferdespiel, das sich sehr auf das Rennen fokussiert. Du rast gegen fünf andere Gegner in unterschiedlichen Varianten der Karten. Also du kannst dein Traum-Horse, dein Traum-Pferd sammeln und unterschiedliche Gegenstände sammeln. Hier seht ihr zum Beispiel schon eins, erinnert so ein bisschen auch an andere Pferdespiele. Als Beispiel nun mal genannt, Alicia, wo ihr auch damit so zum Beispiel euch ja beschleunigt. Come home to Misty Stables where you complete interesting quests. Train your horse, roleplay with your friends. Also kommt nach Misty, also nach dem, in den Nebelstelle, wo du interessante Quests machen kannst, dein Pferd trainieren kannst, Roleplay mit deinen Freunden machen kannst. Und dich vorbereiten kannst auf deine nächste Challenge, also auf deinen nächsten Wettbewerb. There of course will be a lot more features coming and requests are always appreciated. Es kommen auf jeden Fall viele, viele neue Feature dazu. Aber natürlich sind auch Wünsche direkt gewünscht. Also ihr könnt da eure Wünsche drunter schreiben. Und es macht aber jetzt schon einen wirklich schönen Eindruck. Also ihr könnt direkt nämlich auch dieser ganzen Sache hier folgen und euch diese ganze Sache so ein bisschen mitverfolgen. Und hier seht ihr nämlich schon das erste Pferdemodell so richtig, was neu gemacht wurde, nämlich das Shia. Und hier steht, Also das ist das erste, die erste Pferderasse, nämlich das Shia. Und das wird nämlich das erste Pferd sein im Spiel, was jetzt neu reingekommen ist. Und man kann sich hier schon andere Pferde wünschen. Und das ist doch schon mal aber eine coole Richtung. Das heißt, schreibt ruhig drunter, was ihr euch wünschen würdet für Pferde. Und da wird dann eben auch nochmal darunter erklärt, wie nämlich das Gameplay aussieht. Hä, lustig? Ich wurde hier verlinkt? Okay. Ja, dieser Entwickler kennt mich. Ich habe das Ganze übrigens auch da nochmal von der Therese geschickt bekommen. Also da auch nochmal vielen lieben Dank. Und ich muss persönlich sagen, es sieht verdammt schön aus. Macht einen sehr guten Eindruck. Ich mag diesen Comic Cell Shading, nennt man das. Also wenn man so starke, stark ausgemalt das Ganze ausnimmt. Das nennt man Cell Shading. Und ich persönlich finde, dass es einen schönen optischen Look hat für den Anfang. Und ich bin sehr gespannt, da ich ja eh eher derjenige bin, der gerne Racing-Spiele spielt. Sei es auch Wild Shade, sei es Alicia oder auch in Star Stable gerne raced. Finde ich, sieht das doch eigentlich ganz cool aus. Und wenn wir da zusammen Free-to-Play in dem Bereich spielen können, warum eigentlich nicht? Es macht einen guten Eindruck für den Anfang. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das neue Game Horse Racing Club findet. Ich finde, ich bin sehr gespannt. Und welche Rasse würdet ihr euch ja eigentlich als neues Pferd im Spiel wünschen? Bisher, wie gesagt, ist das erste, was reingekommen ist, das Shire. Ja, und ich bin auch gespannt, was das hier jetzt so genau sein könnte, was wir hier noch so drin haben. Aber ich finde natürlich auch die Optik her und gerade Schatten und alles in Roblox teilweise wirklich sehr gut umgesetzt. Soweit zum neuen Upcoming-Pferdespiel. Die Instagram-Seite werde ich euch natürlich unten verlinken. Sag aber schon mal danke fürs Zuschauen und bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ich finde es auf jeden Fall wirklich, wirklich schön. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.